Hallo Leute, hier wieder euer Doso mit Let's Read Skyrim und hier nur ein kurzes Infovideo. Ich habe jetzt ein paar dieser Bücher gelesen, also vorgelesen und das Blind, habe mir das dann auch angeschaut und angehört, bin nicht zufrieden mit dem, was ich da sehe und höre, weil ich das Blind lese und einigermaßen viele Vorlesefehler mache, also hier, ich möchte die Bücher nicht vorerst lesen, mich darauf vorbereiten und noch einmal vorlesen, wenn ihr damit nicht einverstanden seid, dann mache ich das auch so, ich werde die Bücher einfach hier filmen und dann umblättern und meinen Mund dazu halten, aber wenn euch das nicht stört, dass ich ab und an Lesefehler mache, ja und das ziemlich oft bei diesen Wörtern, dann werde ich es natürlich beibehalten und weiter vorlesen. Na gut, ja, schreibt es einfach in den Kommentaren rein, ja, ob ihr das sehen und hören wollt oder ob ihr es nur sehen wollt und selbst lesen wollt, okidoki, ja und ich werde dann gleich dieses Buch auch noch mal lesen, nochmal, das erste Mal, wünsche euch noch einen schönen Abend und bin gespannt, was ihr da dann in den Kommentaren schreibt. Viel Spaß noch, euer Tozo. Ciao.